In einer Welt, inmitten unserer Welt, erschufen sie eine Welt, die anders ist, als jede andere Welt. Wo sind wir? Dies ist das Königreich Eliphas, mein naiver Freund. Das sieht scheiße aus. Mein dreijähriger Neffe könnte eine bessere Karte malen. Und er ist lernbehindert. Ihr habt mich verschleppt und verkleidet? Abenteuer sind, was ihr brauchtstet. Brauchstet ist kein Wort. Doch, ihr schon. Ihr wurdet rekrutiert zu kämpfen in der epischen Schlacht von Evermore. Willkommen auf dem Schlachtwirt von Evermore! Ihr beide seht tatsächlich irgendwie badass aus. Eric steigt bald eine Stufe als Hexenmeister. Und ich hab nur unsere Zauberpilze dabei. Und da gibt es Monster, die verdroschen werden müssen. Bin dabei. Huster! Doch diese Wochenend-Helden... Leute, ein Pentagramm? So läuft das hier nicht. Das ist ein Lab und keine Satanisten-Party. ...treffen auf etwas furchtbar Böses... ...das ihr Spiel... ...auf ein ganz neues Level bringt. Du hast einen Höllendämon heraufbeschworen! Erich, nimm das Buch und schick dieses Miststück zu uns, wo sie herkommt. Ich weiß nicht wie! Nimm eine andere Seite und beeil dich, verdammt! Ich begehre nur das eine. Ehre und sieg! Wartet. Wahrlich. Das sind zwei Dinge. Zeit bereit zum Kampfhexen. Äh, ohne mich. Wie abgefahren wird das! Ein Doppelplus, Alter! Knights of Badestim. Feuerball! Feuerball! Oh, yeah! Ah! Aaaaaah!